Hallo und herzlich willkommen zurück zum Meadow in einer riesen Tiergruppe hier ganz plötzlich mit Xtreme zockt. Hallo. Hallo. Ja, zufälligerweise haben wir gerade die Gruppe gefunden, bevor wir die Aufnahme gestartet haben und müssen so schnell wie es geht jetzt hinterherlaufen. Deswegen jetzt beim Rennen hier alle zusammen. Ja, ein tierisches Rennen mit neuen Tieren auch wieder. Wir haben die Räume getauscht. Genau. Ich bin der Frosch und Xtreme ist das Wiesel. Ja. Da ist ein Stein. Anscheinend. Die sind aber richtig flott unterwegs da. Ja, ich fühle mich so extrem langsam irgendwie. Ja, ich mich auch. Okay. Hey, ich bin aber nicht der einzige Frosch. Und du bist nicht das einzige Wiesel. So, sehr schön. 9.295 habe ich nun. 9.395. Und ich kriege irgendwas Neues. Neue Emote. Okay, weiter geht's. Am besten die Ziege immer folgen, ne? Man sieht die am besten, finde ich. Mit dem Fuchs zusammen. Oh, zwei weiße Füchse sogar. Ein bisschen matschig sind. Ja, ein bisschen. Falls du mich dann zwischendurch mal nicht mehr hören solltest, sag mir Bescheid. Ich habe nämlich vorhin extrem Probleme gehabt mit meinem Mikrofon. Das wollte irgendwie nicht mehr. Ich glaube, es hat einen Wackler. Deswegen, falls das bei der Aufnahme passieren sollte, müsste ich dazwischendurch mal ganz kurz einen Cut machen und an den Kabel rütteln. Hoffen wir mal das Beste. Ja. Okay, eine Matschpause. Alles klar. Aber das Reh läuft schon weiter. Oh, voll laut. Ich habe das total laut hier. Ja, das matschige Pumpe da ist doch wirklich laut. Aber es geht weiter, alles klar. Oh, ein Puzzlestück. Oh, eine Blume ist daneben. Habe ich gar nicht gesehen. Oh, auch nicht. Und da ist noch eine. Ich bringe nochmal eine. Und die Tierhorde rennt weiter. Ja. Das ist noch eine Blume. Eine blaue Blume. Und eine gelbe. Ich weiß nicht, wie viel gelb. Da. Oh, ich habe noch eine eingesammelt gerade. Zufälligerweise habe ich gar nicht gesehen. Oh, Stein, Fragezeichen. Oh, wir könnten vielleicht sogar den großen Stein knacken, wenn wir so viele unterschiedliche Tiere sind. Mit ganz viel Glück. Das stimmt. Also bei so einer großen Tierherde hier gerade. Aber alle sind auch gierig nach dem Blumen und nach allem möglich. Und jeder rennt überall hinterher. Ja. Oh, ich kriege was Neues. Noch ein Emote. So, was haben wir denn hier? Ja, das schaffen wir doch. Zwei Frösche, zwei Wiesel haben wir da. Guck mal, alle freuen sich schon. Die Wiesel müssen nur Töne machen. Das muss aber gehen. Hä? Ach, oder wir haben nur ein... Ne, wir haben doch zwei Wiesel. Über drei. Das muss gehen. Wir laufen schon weiter. Na gut. Na gut. Komm, wir laufen hinterher. Verstehe ich aber nicht ganz. Wo sind die denn jetzt hin? Ach, da hinten. Weiß ja nicht. Vielleicht hat der Wiesel einfach nur nicht gebellt. Vielleicht weiß er es nicht, dass man bellen muss. Keine Ahnung. Hm. Bade. Die laufen auch so schnell weiter. Ah, siehst du, wir hätten das Zeichen für bellen machen sollen. Deswegen gibt es auch das Zeichen für bellen. Ah. Ja, logisch. Wahrscheinlich, ja. Von wegen, gib mal ein Laut von dir. Ja. Oh, da ist schon was offen. Auf den kriegst du noch, bist du schon da? Ne. 9420. Hab nix bekommen. Die sind zu schnell. Oh je. Aber wenigstens warten sie jetzt da ein bisschen. Gruppe versammeln, wartet doch mal kurz. Jetzt bist du da, ne? Ja. Und du weinst. Genau. Oh, hier ist ja auch noch was hier oben. Hab ich nicht gesehen. Oh. Ich kriege noch was Neues. Eine neue Färbung in Schwarz. Ja, machen wir mal einen schwarzen Frosch. Oh, ich komm nicht hinterher jetzt. Oh, der Frosch. Ich bin so ein bisschen im Stress gerade. Da ist noch was Gelbes. Oh nein. Hoffentlich bekomme ich das noch. Lauf, Frosch. So schnell wie du kannst. Das verschwindet bestimmt vor meiner Nase. Oh, ich hab's noch gesagt, also bekommen. Da oben ist noch eine Mega-Blume. Ob ich das schaffe, da hinzukommen noch? Mit ganz viel Glück schaffe ich das noch. Dann fall ich runter zu euch. Die rennen schon zum nächsten. Ich seh's gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, wo ihr seid. Im Schnee-Gebiet. Ich seh dich. Du stehst da noch, oder? Nee. Nee, dann ist es ein... Ja, ich hab's dir nicht bekommen. Okay. Äh, ich warte. Ich seh den nächsten Stein aber von hier auf jeden Fall. Oh, vielleicht kann ich sie ein bisschen einholen im Wasser. Schwimm, Frosch. Du bist doch der Schnell... Oh, hat er schon wieder offen. Meine Güte. Die sind einfach zu schnell. Ja, die weinen alle. Oder bist du aus der Weine? Ich weine. Den haben wir wenigstens noch bekommen. Äh, ja. 1950. Äh, 1580. Tausend... Äh, 9615. Oh Gott. Du wirst sich hier wirklich. Das ist schon der nächste Stein. Aber ich seh ihn gerade so. Ich wette, er ist jetzt gleich schon offen. Noch nicht. Aber ich glaub, wir haben jetzt auch schon einige verloren. Jetzt ist er offen. Und da hinten ist noch ein gutes Puzzlestück. Den müssten wir aber noch bekommen. Nee, der ist weg. Ist weg. Vielleicht auch, wenn wir eine gewisse Anzahl von Tieren bekommen, dann... Jetzt geh ich schon mal zum Stein. Ich verzichte erst mal auf das Puzzlestück. Mann. Versteh ich nicht. Die sind aber auch echt viel zu schnell. Stein, sagt der Frosch da und lang. Okay, wir gehen in die andere Richtung. Alles klar. Blume. Da hinten ist ein großer Stein. Oh Gott, mein Hamster ist gerade wach geworden. Ich hoffe, man hört sein Knabbern jetzt nicht. Oh, der hört man bestimmt. Ja, der will auch mit Hamstern hier. Das wär's ja der beste Gang gesehen. So ein kleiner Hamster. Oh, Frösche. Brauchen wir drei Stück? Nee. Wiesel. Wir haben... Genau. Macht mal laute. Das muss doch funktionieren. Ihr seid doch drei. Versteh' ich nicht. Ich versteh's nicht, aber du bist doch der... Versteh's auch nicht. Aber sie laufen schon weiter. Mann, seid doch nicht so hektisch. Oh Gott. Ich seh' ich hier die eher... Oh, das ist noch eine Blume, eine große. Ich bin eher so die gemütliche hier. Oh Gott, jetzt seh' ich nichts. Oh Gott. Ich bin, glaub ich, der Letzte hier. Ich bin auch noch der Letzte. Du weinst. Gruppe, Tiere. Ich bin auch noch da. Ich bin neben dir. Oh, ich bin der schwarze Frosch. Ja, folgen wir. Oh Gott, ich seh' schon ganz, ganz hinten, wie sie Emotes machen. Die sind so weit weg schon. Das ist wirklich sehr stressig mit denen. Ja. Ähm, Gruppe... Hab ich nicht einen weinenden Frosch doch hier. Wo geht's denn lang? Da, okay. Meine Kamera aus Sicht in der Hektik kann ich auch hier nicht so richtig schön machen. Ja, das stimmt. Ich bin traurig. Da ist ein gelbes Stück. Oh, das verschwindet bestimmt direkt, wenn ich davor stehe. Komm. Ich hab's noch. Ich hab's noch. Hast du es? Bist du schon da? Jetzt bin ich da. Hab's bekommen. Das ist schon das nächste Steinchen. Oh, hier ist aber auch eine gute Steingegend, ne? Ja. Und da ist schon wieder das... ...niste Krüger. Oh, ich kriege irgendwas. Neues Fell, dann nehmen wir das doch. Oh, hier ist noch ein gelbes Stückchen. Ihr seid eine stressige Gruppe. Ah, da ist ein Puzzlestück an der Seite. Ach, hab's sogar eine Errungenschaft jetzt bekommen, weil ich den... ...so und so lange gespielt hab jetzt. Ich auch. Sehr schön. Die nächste Folge versuchen wir dann wieder das Reepo, ne? Den Fasan. Ja, genau. Hoffen wir mal, dass wir jetzt ab 10.000... Oh, was war das? Yay. Krass. Okay, den nehmen wir doch mit. Bei lauter Schock hab ich ein neues Emote bekommen. Der nächste Stein. Äh. Wird angezeigt. Ah, so. Weiter geradeaus? Ne. Geradeaus einfach weiter, dann berghoch ist. Sind zwei Steine schon wieder nebeneinander? Oder? Oder sieht das nur so aus? Ne, es sind zwei Steine nebeneinander. Frösche und Wiesel. Okay, der ist aufgegangen. Aber warum das mit den... ...Dings nicht klappt, das verstehe ich nicht. Wir sind drei, aber es ist doch kein anderes Tier. Hm. Komisch. Nee, aber die piepsen ja auch alle. Ah, guck mal, da hängt... ...das Gelbe hängt da, oder ist das irgendwie Buggy? Siehst du das? Ja, das ist so Hype aus dem Stein raus. Ja, das ist wahrscheinlich irgendwie gerade Buggy, könnte das sein. Wahrscheinlich. Oh je, ich glaube, bei mir hört man das bestimmt, dass mein Hamster am Knabbern ist. Oh Gott, alle sind runtergefallen. Oh ja, ich auch. Aber direkt zu einer Blume. Du müsstest jetzt aber schon 10.000 haben. Äh, ich hab noch nicht nachgeschaut. Äh, ich hab noch nicht nachgeschaut. Doch geachtet. Eine weiterer Stein, ja. Hm. Puh, hektisch, hektisch, das Ganze. Ich hab ja 9.965. 9.995. Okay. Alles klar. Gut, Schneebiom, super. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die jetzt tatsächlich hier im Schneebiom die ganze Zeit immer im Kreis laufen. Das wäre für uns jetzt gut, weil wenn wir ein Folgenende haben, würden wir sie wiederfinden. Das stimmt allerdings. Weil die sind ja so schnell unterwegs hier. Hm. Hamster, was machst du da? Mann, Mann. Jetzt finden wir aber gerade nichts mehr. Nee, gerade wo wir kurz vor den 10.000 stehen. Ah, jetzt wird angezeigt, Stein. Also ich glaub, dir fehlt jetzt eh nur noch einer und mir bestimmt zwei. Mal sehen, ob es dann klappt, wenn wir die 10.000 haben. Ah, da ganz hinten ist noch ein großer. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Hm. Hoffen wir einfach mal das Beste. Ja. Oh mein Gott, ich bin wieder so langsam. Du auch, ne? Ja, ich bin direkt hinter dir. Hörst du das Knabbern? Nee. Oh, ich krieg was Neues. Beeilung, Not. Ja, 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 egal. Oh, zwei sind da sogar drin, ne? Blau und Gelb. Das hab ich auch noch nicht gesehen, dass zwei verschiedene drin sind. Oh, ich hab 10.055 jetzt. Ja, ich hab auch über 10.000 leider nichts Neues. Das ist doch doof. Oh, Mann. Hätte gerechnet, dass wir jetzt dann eventuell mal das neue Tier bekommen. Aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt vielleicht wechseln müssen, theoretisch. Weil wo wir das andere Mal gespielt haben und das neue Tier hatten, da hat man auch nichts dazu verdient dann, bei den alten Tieren. Weißt du? Ja, das könnte sein. Ja, das könnte sein. Ja, kann wirklich sein, dass wir halt wirklich den Fasanen jetzt spielen müssen ab 10.000, und das wird dann erst, dass die Gelben dann zählen. Kann sein. Wie viel haben wir denn noch mit der Folge? Ich hab jetzt leider nicht auf die Uhr geguckt. Äh, noch knappe vier Minuten. Okay, das geht ja. Vielleicht würde ich dann mein Heim auch hier im Schneebiom setzen. Ach nee, ist ja egal. Wenn wir den Fasanen spielen, sind wir eh woanders. Genau. Stimmt. Jedes Tier hat da seinen eigenen Spawnpunkt, den man setzt. Na gut, die sind jetzt aber auch schon wieder aus dem Schneebiom raus. Ach, jetzt hälge ich mich noch fest. Guck mal, da ist schon wieder so ein Stein. Das muss doch funktionieren. Was soll das denn sonst für ein Tier sein? Das ist doch der Dachs. Ach, da halt auch ist, wäre ja der Dachs. Komisch. Mysteriös. Sehr mysteriös. Aber wie gesagt, es könnte auch tatsächlich sein, dass der gerade Buggy ist. Anders könnte ich mir das jetzt nicht vorstellen. Kann sein. Dann hoffen wir mal, dass das mit der Tierauswahl nicht Buggy ist. Oh ja, stimmt. Durch einen eventuellen Fehler kein neues Tier mehr dazu kriegen. Hoffen wir mal. Denn wir wollen ja ganz gerne im Laufe des Let's Plays jedes Tier mal zeigen. Ja, mal sehen. Oh nein, ein Fluss. Du kannst außen rumlaufen. Ja. Von dabei. Bin nämlich auch fast reingeschwungen. Ach komm mal, jetzt haben sie noch eine Ziege getroffen. Ach nee, ein Leopard getroffen. Ein Leopard? Luchs? Ein Luchs. Oh, Luchs. Das ist noch eine Blume. Sehr, sehr schön. Den Dreck sieht man auf meinen Flosch gar nicht. Der Dichte Wald hier ist irgendwie gerade so ein bisschen schön. Ja, das ist halt richtig so für die Füchse irgendwie, ne? Die passen gut hier rein. Ach, ich freue mich aber auf den Fasan. Das stimmt, den mal wieder zu spielen. Ach siehst du, jetzt sind wir beim Baum. Na, das ist doch mega passend, theoretisch. Richtig. Wollen wir da nicht eine kleine Pause machen? Hallo, Tiergruppe? Es fehlt echt so ein Pausenzeichen, irgendwie so ein Halt, Stopp, Warte-Zeichen. Aber wenn du diese Gruppe hier einmal verlierst, dann kriegst du sie auch nicht mehr wieder. Nee, die kriegst du auch nicht. Ich sehe die Blume jetzt auch gar nicht, die ihr allein gesammelt habt. Ich habe aber auch leider keine Zeit zu suchen. Okay, Stein da entlang. Ja. Ah, ja, da hinten ist ein Stein. Ich denke mal auch, dass dieser Stein der Abschließende sein wird. Ja. Das habe ich auch gerade gedacht. Ich glaube, ich muss dann mal kurz meinen Hamster füttern, damit er nicht am Kiwi weiter nagt. Oh nein, den schaffe ich bestimmt nicht mehr. Die sind jetzt schon wieder so schnell gewesen. Mhm. Na komm schon. Ach, geschafft. Okay, ich bleibe jetzt hier stehen. Ah, ich kriege es, glaube ich, auch noch. Ich habe es. Ja. Alles klar. Okay. Genau. So. Tierwechsel. Tierwechsel. Die sagen, okay, tschüss. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und ich bin ganz gespannt, ob das dann klappt, ein nächstes Tier auszuwählen oder ob wir immer noch wartlos sind. Wir werden sehen. Also bis zur nächsten Folge und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschüss.